hi leute des sahnu hier der division 2 wird fünf jahre alt 20 26 werden wir zehn jahre vision franchise haben und massive hat ein geiles video rausgehauen da hat mich tatsächlich so richtig nostalgisch schön erwischt fand ich richtig cool da hatte ich echt gänsehaut und ich zeige es euch gleich ihr könnt euch gleich selbst anschauen falls ihr es nicht schon gemacht hat es ist richtig geil und die leute die schon länger dabei sind mit dem herz aufgeben und das ganze mit der division franchise mit zwischen 1 angefangen ist was ganz besonderes für mich persönlich und viele von euch wissen ich bin einer der älteren generation der so einige communities miterlebt hat so einiges mitgemacht hat auf was die mmo reihe von von damals anging wo wirklich keine ahnung riesige clans das erste mal so richtig entstanden sind und ne in den m in den bw zeiten noch davor sogar und das alles war sehr sehr geil aber nix war für mich so krass wie es der vision franchise kein anderes game hat mich so gefesselt kein anderes franchise hat mich so gepackt wie dieses hier und ich wäre jetzt nicht hier ich hätte überhaupt nicht damit angefangen content zu machen wenn nicht dieses game es ist unfassbar geil ich bin so froh um die leute ich kennengelernt habe und bei all die die schönen momente die mir erlebt haben und ich weiß dass es viele von euch trotz dem ganzen scheiß dass hier ist eine hassliebe seinesgleichen und warum nicht so zu reden aber die meisten leute sind einfach hin und weg mit dem franchise und es geht weiter es geht definitiv weiter wir wissen dass der vision 3 kommt wir wissen dass zwischen heartland der ableger der quasi wie so eine dark sondern als eigenständiges free to play spiel rauskommen wird und das jahr 6 sowie das brooklyn dlc nächstes jahr 2025 erscheinen wird dass jede menge kram kommt das heißt für alle fans des franchises und für alle die fans des franchises werden was ich hoffe die können sich auf jede menge zeug freuen aber jetzt will ich nicht weiter quatschen ich wollte euch nur sagen dass ich das absolut geil finde und euch absolut danke für den ganzen support für die unterstützung und jetzt viel spaß bei dem video und wir sehen uns im nächsten macht's gut wir hatten das erste game und wir hatten eine große Menge gute Daten über was die Leute lieben was die Leute nicht so sehr liebte was sie mit ihnen verbunden und wir wussten was wir wollten so wack is amazing 부분 so watch my life to do as well division 2 kr structure and jena war you mightauw a person who I improve on division 1 and just about every way and I'm so proud of what we accomplished in division 2 people came on to this and they thought about it as box game the sprint no this is a marathon tens of millions of players that have played called games and how long Es ist so gut, es ist so humbling. Erstens, das Scenario. Die Leute können sich das oder denken, dass das Scenario passiert. Und das Leben in der Spiel zu leben ist eine wirkliche Herausforderung. Re-Kreate in Washington, D.C., dass die Co-op-Experienste da war. Die Darkzonen presentiert eine andere Herausforderung für alle. Die Raids waren eine große Sache für uns, auch. Und dann haben wir ein Spiel, das funktioniert sofort. Das ist das, was es speziell ist. Es ist eine Kombination mit einer perfekten Storm. Die Weise die Hunters dich, und sich in die Angelegenheiten in die Angelegenheiten während der Campagne, das macht mich chills. Ein Highlight für mich wäre das Release des Descentes in 2023. Das ist das, was ich und meine Team gearbeitet haben. Und es war entweder in Beucharest. Es ist Zeit, zu sehen, was du wirst. Ein von der meisten unter-appreciate Füße ist das Scheperd System. Und das ist das die DIVISION ist. Es geht darum, zu helfen die anderen. Das ist wirklich uniglich. Und das ist ein von den Details, das macht die DIVISION 2 wirklich speziell. Mein Lieblingsmoment für DIVISION ist es, es ist ziemlich schwer zu name. Ich würde sagen, Tidal Basin und Fighting the Blacklist. Agents of the DIVISION, das ist unsere Chance zu Save the Nation. Die DIVISION 2 DIVISION 2 DIVISION 3 und vielen Dank auch für Ihr kontinuierter Feedback. Es ist ein tolles, zu hören zu euch und sehen, wie wir das Spiel besser machen können. Die Spiel ist über die Gemeinschaft. Es ist über die Zusammenarbeit. Es ist über die Beziehung. Es ist über die Beziehung. Es ist über die Dinge, wenn alles falsch geht. Ich bin so unglaublich dankbar für Ihre Unterstützung. Es bedeutet die Welt zu uns. Die Fakt, dass wir in dieser digitalen Welt und eine Community und eine Community über die Welt ist etwas, das ich denke, ist sehr wichtig. Es ist nicht nur eine Video-Gabe für mich. Es ist eine Community. Und no matter wie viele Tage ich zurückkehren, ich habe immer wieder Dinge zu tun, Dinge zu tun, Dinge zu machen, und es ist ein Ort, wo ich wirklich fühle mich. Die DIVISION 2 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 DIVISION 1 in so many ways for me, personally. It's been a crazy ride. I've enjoyed every single minute and I've got my ticket for whatever comes next. Don't keep the Hunter waiting too long, Devs. We are working on Year 6. We're working on a revamp of the Season, a whole new DLC bringing us to Brooklyn. There is a lot coming and this is a really exciting time for The Division 2. Okay, you're good? Got what you wanted? That was awesome. Well done. Thank you. And it's just Year 6 and I really can't wait until we can start telling them about what's coming after. There's all this... 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 There's all this...